Was ist das eigentlich? Moment mal, das ist auch ein, das ist ein Ice Cream Truck. Was geht? Waffel, Bande. Herzlich willkommen zu dem Video von dem Mann mit der Pro Gamer Brille und seiner neuen Merchandise. Beanie Mütze. Gibt noch vielen anderen Exciting Scheiß. Zum Beispiel reflektierenden Hoodie. What's up? What's up? Alles in der Beschreibung. Kennt mich natürlich. Go plug yourself. Leute, heute machen wir wieder ein paar Herausforderungen. Ich glaube, ich habe gerade das Wort machen ein bisschen verschluckt, bitte nicht drüber aufregen. Dankeschön. Wenn es euch gefällt, lasst ein Abo da. Wenn es euch auch noch gefällt, lasst ein Like da. Ich zeige euch natürlich alle Orte und was nicht was wieder. Ich habe hier bei der Woche drei immer noch die Kisten nicht gewürtet, weil, ja, irgendwas war die letzten Tage und ich habe viel gekotzt. Wir gucken aber jetzt mal hier in die Woche vier. Da habe ich schon ein paar Sachen leicht angefangen. Das sind auch viele selbsterklärende Sachen. Wir haben zum Beispiel Fügegegnern Schaden mit Scharfschützengewehren zu. Da gibt es ja ein paar verschiedene. Das habe ich auch schon mal gemacht. Kommt einfach im Laufe der Zeit, im Laufe des Gameplays da gezielt drauf zu pushen. Kann man machen, aber bis man Scharfschützengewehr findet, dann sind wir schon ein paar Stunden weiter. Truhen durchsuchen bei Flush Factory. Können wir gleich gerne mal machen. Vorratslieferungen sind die einfachen Drops, die runterkommen. Immer. Da gucken wir vielleicht auch mal, ob wir eine irgendwie abschlappen können. Eiswagen. Das ist jetzt das, was mich am meisten interessiert, denn ich meine, bei der guten Flush Factory ist nämlich sogar ein Eiswagen. Und von daher würde ich da jetzt gleich mal als erstes mit euch reingucken. Natürlich zeige ich euch auch, wo ihr den neuen Hinweis finden könnt. Gegner mit Fallen eliminieren. Ist ganz klar. Haben wir auch schon gemacht. Kann man schon Mark dransetzen. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Das kann man immer ganz gut im Finale machen, wenn man noch welche hat. Oder natürlich, man platziert einfach in Tilted Towers einfach eine Falle, die man direkt findet. Da kriegt man auch zwischendurch manchmal einfach einen Kill in der Runde. Gegner bei Tomato Town eliminieren. Das probieren wir natürlich auch wie immer, die drei Kills irgendwie nochmal schnell zu schnetzeln. Ab zum ersten Eiswagen. Und dann zeige ich euch gerne auch die Map, wo alle Eiswagen zu finden sind. Alle Links dazu, wo ich die Sachen nicht habe, sind natürlich wieder in der Beschreibung. Und let's go. Okay, ab geht's. Direkt ganz entspannt zur Flush Factory. Das ist ganz unten. Das heißt, wir können ein bisschen chillen. Viele sind schon raus. Viele wollen natürlich auch eine Challenge machen. Aber hier jetzt mal für euch eingeblendet die wunderbare Map mit den einzelnen Locations für die Eiscreme Wagen. Da müsst ihr einfach nur ganz simpel dran vorbeilaufen. Wir haben ja schon mal festgestellt in der Folge, dass diese Eiscreme Wagen 100.000 Leben haben. Und das ist genau für diesen Zweck, damit ihr eben in den Runden nicht so einfach abgebaut werden könnt und ihr dann auch noch ganz entspannt die eben besuchen könnt. So, wir gehen schon mal hier runter. Ich weiß nicht, wie viele da mitgekommen sind. Denn Flush Factory ist ja auch momentan der Spot, wo man die Chests looten muss. Für uns aber jetzt eigentlich wichtig erstmal der Eiswagen und dann eben vielleicht noch die ein oder andere Chests, die wir da abziehen können. Wir kommen sehr, sehr niedrig rein. Vielleicht in dem Laster direkt irgendwas drin. I don't know. Let's look. Nein. Weil bei der Location, muss ich sagen, Flush Factory, habe ich wirklich noch nie viel gezockt. Ich weiß nicht, wo Chests sind. Hallo. Okay, hier ist auf jeden Fall nichts wirklich. Oh, da ist ein Chest. Nice. Okay. Hier ist es auf jeden Fall immer eine... Hier ist auf jeden Fall immer eine Chest. Wie geil sieht das denn aus hier bitte eigentlich? Können wir mal ganz kurz? Nur eine Sekunde? Wie cool ist denn bitte dieser Raum? Mit diesen Farben und so. Gibt es da eine Backstory zu? Das ist ein bisschen wie Overwatch gerade, fühle ich so. Wisst ihr? Ah, ein Scharfschützengewehr. Jetzt zeige ich euch das mal. Da hinten ist auch noch eine Chest. Perfekt. Zack. So macht er dann. Und dann haben wir ihn schon besucht. Von daher ist das jetzt mein zweiter Ice Truck, glaube ich. Weil ich hatte schon mal einen in einer anderen Aufnahme gesehen heute. Nice one. Hier geht aber ab, Alter. Chest-technisch. Läuft. Direkt drei Stück. Instant. I love it. Wir haben bestimmt noch eine geklaut bekommen, weil noch jemand da war. Aber... Ne, guck mal. Vier. Was denn los? What's happening, boys? Keiner mehr die Weekly-Herausforderung oder was? 4.000 EP. Euch allen egal? I don't think so. Schöne Battle Pass-Punkte. 50 Stück. Leute. Was geht denn? Noch eine, höre ich hier. Ich werde wahnsinnig. Hier ist noch mehr Zeug, Alter. Leute. Was ist es? Was ist dieses Paradies? Können wir bitte immer Flush Factory gehen? Was ist es Geiles, bitte? Hallo. Alter. Was ein Run. Leute. Der, der hier den Fight gewinnt am Ende des Tages. Das ist ja ein richtiges Biest dann, wenn er hier rauskommt. Flush Factory. Ach Gott. Abspül Factory. Oder Baustelle dann. Das ist ja geil. Weil hier überall Toiletten. Jetzt check ich es. Es ist schön, wenn ich manchmal ein bisschen später auf der Party esse. Dann mal höchstwahrscheinlich jetzt ein Wettlaufen mit der Zone. Ja, das ist eine kleine Strecke. Aber machbar. Ich habe manchmal einfach so Phantom-Leute, die an mir vorbeilaufen. Natürlich auch, wenn ihr Fortnite zockt, dass ihr manchmal auf jeden Fall safe denkt. Da wäre irgendjemand gelaufen aus der Zone und dann war einfach kein Schwein da. Was mich jetzt aber nach wie vor... Schon wieder. Nach wie vor eher interessiert, ist tatsächlich, ob wir jemanden finden. Der mich in seinen Fortnite-Klan aufnimmt. Nein, ob wir jemanden finden, mit dem wir nochmal ein schönes Battle haben können hier. Knüpp, knüpp. Menschens, wo seid's? Ich vermisse irgendwie, muss ich ganz ehrlich sagen, diesen 20er-Modus übrigens. Hallo. Ist auf jeden Fall fleißig am Springen. Ist auf jeden Fall ein Schwitzer. Oh, da sind zwei. Gucken, ob die Kollegen sich schon kennengelernt haben oder sich gleich kennenlernen werden. Weil dann können wir uns ja mal wieder ein bisschen freundlich noch als dritte Partei vorstellen. Da ist so einer. War der das nicht, der hier war? Ne. Doch. Hm. Blüpp, 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 blüpp. Der kleine Goblin folgt dir. Habt ihr schon einen Fight? Da sind auf jeden Fall 200 City. Also als erster den Kampf da aufzumachen, ist, objektiv betrachtet, schlechtere Entscheidung, Leute. Weil, wenn wir als erster den Fight anfangen, dann können wir nicht das hier machen. Nice one. Love it. Checkst grad nicht mehr. Wo ist er? Oh Gott, oh Gott, ich hab kein Material mehr. Oh mein fucking Gott, Alter. Hat er mich gesehen? Hat er mich gesehen? Hat er mich gesehen? Hat er mich gesehen? Ich hab keine Materialien mehr. Ich bin eigentlich ziemlich ripp, Leute. In seinem eigenen verdammten Konstrukt verstecken. Kurz ein bisschen. Ich kann halt nix bauen. So, jetzt können wir wenigstens noch ein bisschen in die Zone, auch wenn wir es gleich höchstwahrscheinlich voll in den Nacken kriegen. Wir haben leider nichts gelootet davon. Mann! Aber, nach wie vor immer bessere Zeit, auch mal für Supply Drops. In diesem Sinne, Leute. In diesem Sinne. So, wir können zweimal kurz was nach hinten bauen. Da ist er doch. Dankeschön. Dankeschön. Und vielleicht finden wir ja noch einen Supply Drops, das wäre nice. Und dann spielen wir die Runde entspannt zu Ende. So, jetzt hätten wir natürlich auch nicht groß Zeug von dem holen können. Das heißt, wir müssen immer noch mal ein bisschen weiter pushen. Okay, hier geht auf jeden Fall auch einiges. Bei den beiden Kollegen. Gut, den haben wir auch. Immer noch keinen Supply Drops. Wie kann man denn in der Runde keinen Supply Drops sehen? Meine Güte. Aua. Aua. Wer jetzt nicht pusht, ist doof. Alter, der hat mir hier so gezogen. Okay, let's try. Na, schade drum. Fünfter noch geworden, aber einiges in der Runde, wie gesagt, eigentlich erreicht, was ich erreichen wollte. Da hätte ich mich einfach einbauen müssen, ehrlich gesagt, damit ich mich da schön hätte heilen können. Oh, jetzt wirft das noch weg. Oh, großkotzig. Einiges davon geschafft. Sehr, sehr nice. Karte habt ihr auch. Könnt also alle Ice Cream Wagen abdecken. Und dann bleibt uns jetzt noch Folgendes. Wie gesagt, Vorratslieferungen sind vollkommen simpel, Leute. Das passiert im normalen Gameplay, das vorzumachen. Wie gesagt, das ist kein Tutorial, das macht nicht viel Sinn. Ihr müsst einfach ein paar Runden zocken, dann immer mal in den Himmel gucken, ob ihr eine Vorratslieferung seht. Wenn die jemand anschießt, dann seht ihr die auf der ganzen Map. Von daher, Augen aufhalten, Augen in den Himmel. Das ist immer ganz wichtig bei Fortnite. Eines der interessantesten Sachen, aber immer, sind immer die Geheimspots. Und dieses Mal müssen wir zwischen einem Autostapel, einer Steinskulptur und einem Heckenkreis suchen. Und wer hat schon vor Ewigkeiten was zu diesen Heckenkreisen gesagt? Ich. Deswegen zeige ich euch jetzt auch genau, wo dieser Spot ist. Let's go. So, wir sind in der Runde angekommen und ich kann nur immer wieder sagen, ich habe hier mir schon die Sachen angeguckt. Ich habe auch schon ein paar andere Secrets oder beziehungsweise Crazy Strukturen, so in Klammern, auf dieser Map eben gesehen und entdeckt. Und an den kann ich mich immer ganz gut orientieren, wenn es, wie gesagt, um diese Punkte geht. Wir müssen jetzt für dieses Ding genau in den Sumpf hier reinfliegen. Denn da hinten gibt es ja immer einen wunderbaren Autoturm und dieser Autoturm ist heute tatsächlich mal von Gebrauch, damit wir auch das finden, was wir suchen. Da sind wir nämlich dieses kleine, runde Gewebe. Und darüber habe ich schon mal vor ein paar Videos gequatscht. Wer sich noch daran erinnert, Hände hochheben, circa. Und deswegen zwischen diesem Kreisel, zwischen diesem Autotower und was auch immer das andere war, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ist eben dieses Secret. Zehn Battlestars, übel easy, muss ungefähr hier sein, wenn mich nicht alles täuscht. Richtig, könnt ihr einfach collecten. Wirklich super easy, zack, zehn Battlestars und das Ding ist over, alter. So, übelst easy. Achtet wirklich immer, wenn ihr runterkommt darauf, ob es so verschiedene Formationen gibt. Gebt auch mal an Stellen, wo ihr vielleicht nicht runtergeht oder wenn ihr mit Freunden zockt, einfach mal wieder andere Drops auswählen. Immer beim gleichen hinzugehen. Das ist, keine Ahnung, ist einfach die dümmste Taktik, damit man irgendwie sich mal ein bisschen die Map einprägt und vielleicht auch coole Spots so findet. Oder ein paar kleine Secrets oder Easter Eggs, die Epic Games hier eingebaut haben. Immer mal wieder woanders droppen, Leute. Ich kann es euch nur empfehlen. Es ist mega nice. So, da ist dieser komische Autotower. Der ist wirklich weird. Da ist meistens immer eine Chest oben drauf. Ist das eigentlich... Moment mal. Ah, das ist auch ein... Das ist ein Ice Cream Truck. Guck mal. Warte. Ich habe den Truck sogar bekommen. Wie geil ist das denn? Da könnt ihr direkt zwei in einen machen, Leute. Wie nice ist das denn? Doppelchest. All the way. Wie heftig. Das wusste ich tatsächlich selber nicht, dass hier auch noch ein Truck selber drauf ist. Übel nice auf jeden Fall. So, können wir damit auf jeden Fall schon mal ein bisschen weiter. Zack. 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 Das ist perfekt auch für die Weekly Herausforderung. Immer noch mit dem Scharfschützengewehr. Da kann ich nämlich dann noch ein bisschen... Oh, mehr. Jetzt habe ich den anderen schon getrunken. Wobei da oben noch eine Küsse war. Ich bin ja auch nicht mal in den Kopf, ne? Upsi. Thema in dem Kopf. Was erzählt mir meine Hilfsmap? Ist die drunter? Ist die da... Da ist der Ice Cream Truck. Der ist runtergefallen. Hallo? Natürlich ist der auf einem Berg. Ey, wer braucht kein... Ich schwöre, deswegen wohnen so wenig Leute auf Bergen. Weil einfach keiner einen Eistruck vor seiner Tür hat. Hallo? Buh, hast du mir erschrocken. Alles gut. Wuhu! So, schauen wir mal. Da haben wir jetzt schon zwei abgeschlossen. Oh mein Gott. Wir suchen verschiedene Eiswagen. Warte, fertig schon. Nice. Truhen hatten wir, wie gesagt, auch fast fertig. Aber dazu... Alles entspannt. Und jetzt gehen wir noch einmal schön nach Tomato Town und holen uns drei Kills. Kommt. Okay. Tomato Town. Es wurde bestellt. Und jetzt wird natürlich abgeholt. Mal gucken, wie viele Leute mitkommen. Ich glaube, das wird nur eine ganz ordentliche Schlachter. Besonders, weil es da nicht so ultra viel Loot gibt. Aber vielleicht als kleinen Tipp für euch. Und vielleicht auch als kleinen Tipp für mich. Ich probiere das jetzt direkt mal aus. Ist die Brücke über Tomato Town. Da gibt es meistens ein bisschen Loot. Man kann sich entspannt da so reingleiten. Und hat dann den Highground zu den Leuten in der Stadt. Und deswegen würde ich euch persönlich empfehlen, hier schön diese Brücke mal auszuscouten. Und im besten Fall dann da zu landen. Wir sind so ein bisschen zu hoch reingekommen. Und es ist auch nur eine Socke im Tomato Town. Das ist super. Schauen wir mal. Ja. So, ein Kill. Hinter uns ist jemand. Da ist er. Will pushen. Nice one. Okay. Alles hinbekommen. Alles easy. Shieldies. Sehr nice. Shieldies dagegen tauschen. Jetzt haben wir schon zwei Kills. Rest fehlt nur ein bisschen. Jetzt ist der Rest leider weg. Ich glaube, hier war halt keiner. Wenn man von Weitem jemand schießt, ist das halt doof. Weil wir wollen den ja in der City haben. Dann muss ich den halt irgendwie jetzt hier reinbaiten. Weil wir sind nur in der Zone. Runter geht's wieder in die Tomato Town. Ich hoffe, dass dieses Mal vielleicht ein paar mehr Kollegen mitkommen. Wir steuern schon mal schön wieder aufs Flussbett zu. Dann können wir da einen schönen niedrigen Drop-In kriegen. Natürlich. Und ja, so ist ungefähr die Fallrichtung. Dann einfach mal straight, straight down the line. Dann werden wir mal ganz entspannt in Richtung Tomato gehen. Gucken wir mal. Brücke hat gut geklappt. Wir sind jetzt aus einer anderen Richtung gekommen. Ich würde vielleicht fürs Haus gehen. Kommt überhaupt jemand hier hin? Yes. Yes, yes, yes. Nice. Okay. Gut. Let's go. Haus auf jeden Fall. Da können die Kollegen sich da hinten killen. Da wird so oder so einer übrig von bleiben. Ich glaube nicht, dass die sich perfekt ausrotten. Dann haben wir das ganze Haus für uns alleine. Im besten Fall. Nice. Schottie Instant. Sehr gut. Wo ist er denn? Wo steckt er sich da drin? Und da ist er. Der dritte Kill, den wir gebraucht haben. Super easy und entspannt. Jetzt haben wir ein bisschen auf uns aufmerksam gemacht. Vielleicht kriegen wir noch mal ein paar nette Kollegen hier. Die auch Bock haben, weil sie auch noch Kills brauchen. Da ist er. Sowas wie den zum Beispiel. Haben wir noch ein bisschen was. Schön salven. Kann ich nicht. Probieren wir trotzdem mal. Einfach nur aus Spaß jetzt. Hallo. So. Fast 100er Prezi. Lol. Kann man mal wieder übrigens ballern sich die Sachen. Mann ey. Ich freue mich wirklich auf diesen Blitzmodus, der kommt, Leute. Wo dann einfach die Zone durchgehend kleiner wird. Oder wie genau der aufgebaut ist. Es wird auf jeden Fall deutlich schneller. Ich habe es bei den Buddies gesehen. Da dauert eine Runde maximal 15 Minuten. Das ist halt echt gar nichts im Vergleich zu so einer normalen Runde. Also ich weiß ja nicht. Irgendwie kommt mir das alles ein bisschen spanisch vor. Immer so in die Top fucking 20 zu kommen. Wenn man nichts irgendwie gerissen hat. Ist halt auch langweilig, oder? So, verschifft hier jemand? Ich glaube auch nicht. Oh je, Mini. Das kann doch nicht wahr sein. Wie, Damage. How to do it right. Aufmerksamkeit. Die, die keiner wollte. Aua. Aua. Du von hinten wirst mich jetzt bestimmt auch haben. Schweinefriester. Die Schweine. Ihr seid doch alles Penner. Weiter geht es auf jeden Fall zu dem Push. Boah, ich bin so hart am hinterher. Er will auf jeden Fall High Ground nehmen. Das lasse ich mir aber nicht bieten. Da habe ich keinen Bock drauf. Boah. Nein. Oh, gesprungen. Das war der Fehler. Oh mein Gott. Da ist auf jeden Fall noch was ausbaufähig, Leute. Ich muss auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Hass. Und um solche Situationen einfacher zu klären. Weil das war ein ultra einfacher Kill. Ich glaube, wir haben soweit alles abgedeckt von dieser Woche. Ihr kennt die Eiswagen-Spots. Ihr kennt den Spot für das neue Gebiet, was ihr finden müsst. Beziehungsweise den geheimen Spot da. Der Rest ist, wie gesagt, sehr selbsterklärend und sehr einfach. Also, Damage mal mit Scharfschützengewehren. Ihr habt es gesehen. Es kommt einfach mit der Zeit. Wirklich. Truhen durchsuchen bei Flush Factory. Ich habe in einem Run 5 gefunden. Also, das ist vielleicht diesmal ein besserer Ort. Vorratslieferungen. Das kommt einfach im Laufe des Games. Easy. Das war das Video mit einem kleinen Guide für diese Woche. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Tipps und Tricks zu einem. Habe ich auch noch rausgehauen, wenn es euch gefällt. Wie gesagt, Daumen nach oben. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Da, not rein und ciao. Das Video ist vorbei. Ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß. Und lasst ein Abo da. Guckt mehr Videos. Guck, guck mehr Videos. Mir fällt nichts mehr ein. Tschüss.